Hey Leute, wir sind hier in Hamburg auf der Online-Markt im Rockstar-Messe und wir nehmen uns mal ein bisschen mit und zeigen euch was hier abgeht. Bis gleich! Okay Leute, wir sind hier auf der Online-Markt im Rockstar-Messe. Leider gibt es hier nicht so zuerst, deswegen hau ich einfach mal einen Halal rein. Und ich die Halal-Hautonk, das ist mit einer Möhre. Hast du das mal gesehen? Also so sieht ein normaler aus. Wie ihr seht, schön saftig. Hier Halal-Version. Danke! Schön! Großes Frühstück! So, wir gehen jetzt zu den Masterclasses, für die wir uns angemeldet haben. Wir holen uns ein bisschen Input. Dafür sind wir ja letzten Endes hier. Und das ist alles so ein bisschen verschnörkelt, wird gemacht. Bis gleich!